Hallo zusammen, Sie haben einen grüß. Heute wollen wir uns den CX-10WD anschauen. Wir haben jetzt mal ein bisschen fliegen und ich habe ihn ausprobiert. Das geht wirklich sehr gut und zwar wichtig ist eben, dass die Rotoblätter gescheit sind. Wenn da irgendwie was schief läuft, dann gibt es Schwierigkeiten. So, hier haben wir den kleinen. Jetzt kommt noch etwas ganz cooles. Jetzt kann ich hier mein Handy noch anschließen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Livebild. Und mein Handy drauf. Hier eine Fehlaneinstellung. Hier drauf. Ich schalte ihn an hier. Ist etwas blinkend, genau. Hier ist er schon verbunden. Dann gehe ich auf meine App. Jetzt kommt gerade leichter Wind. Ich gehe auf Play. Und sehe da, ich habe hier schon das Livebild. Und kann hier nochmal auskalibrieren. Jetzt bin ich ja weg haben. Dann kann ich ein Foto machen. Und kann nicht mit einer Videopulle fliegen. Wenn ich nochmal das Bild drehen will. Ich habe das auf 30 Prozent eingestellt. 60 Prozent, 100 Prozent. 30 Prozent. Hier kann ich den Motor umschalten. Denn die beiden Strocknippeln sind genau in der Mitte. Das heißt, die laufen mit Höhensunzern hier. Diese Einstellung kann ich nicht starten. So, wollen wir mal das Video jetzt einfach mal machen. Das macht mich nicht so fast leicht. Wie hier. So, wollen wir mal nicht so richtig fliegen lassen. Wie lang sind wir ja weg. Wie kommt so richtig fliegen lassen? Bei mir sind alle zwei Leute rein. Und dann kann ich euchònige Eisboles zeigen. lakh bin ich och ich in hier habe. Wenn ihr das mit uns icking nicht gilt, tuck ich noch mal raus. Ich würde beh proportionate disso нев generally. Bis zum nächsten Mal. 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 Der Wiwi CX-10WD.